Hallo liebe Leute. Ähm, wie ist mein erstes Video? Ja, wir spielen Shark Evolution von Tap Games. Jetzt fangen wir erstmal an. Hier. Hier kaufen. Oh, guck mal, guck da auf. Das schmeckt da. Warum kacken die die ganze Zeit? Alter. Wie soll ich den nicht verbinden? Wenn du kackst, wenn du kackst. Oh cool, der wird mutatiert. Oh, juhu. Nehnt mir ein bisschen komisch aus, wie er die ganze Zeit kackt, ne? Und noch ein, ja. Kann ich den auch gewinnen? Ah ne, es gibt glaub ich immer nur zwei gleichen, würde ich sagen, ne? Hier noch ne Kiste. Wird ich sagen, kann ich nur den, dann die beiden. Hehehe. New Shark Discovery 5 Bullshack. Bullshit Sack. Das ist doch klar. Äh. Submarine Collection. Und, weil, wie er will. Okay. Ja. Was ist das? So. Kann ich die wieder zusammen? Also, ist jetzt ein gutes Spiel. Finde ich persönlich. Ich weiß nicht, was ihr das meint. Ich find's geil, dass die einfach die ganze kotten. Richtig cool. So, jetzt wäre die. Die. Jetzt die. Ein. Ziemann. Hehehe. Alter, sieht ja behindert aus. Ja, pack. Bisschen Koten, ne? Das, äh. Was ist denn da? Oh. Okay. Kannst du verstehen. Es nicht. Aber, ähm. Ja, da muss man halt... Äh, gibt's halt verschiedene Haie, wie man sieht. Hm. Und, dann gibt's halt viele verschiedene Haie. Die muss ich dann immer miteinander kreuzen. Und da ist irgendwie so ein Gotthei oder wie der heißt. Ähm. Rausträgst. Was genau wie der heißt. Ähm. 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 Ich hab's schon damit so ein Köln-Bohr nicht bekommen. Also, ich finde... Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist gut. Also, sieht man jetzt YouTube-Video. Also, naja. So. Hehehe. 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 Das ist die ganze Zeit Koten. So geil. Ähm. 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 Die beiden. Da bekomm ich ein... Pewi-Sack. Hehehe. Okay. Pewi-Sack. Da komm ein Club, ne? Wie sind die da? Wie sind die da? Kottlobe. Kottlobe. Alle lieben die Kottlobe. So. Ähm. So. Äh. Oh. So. So. Jetzt hier mal. Okay. Hier kann man so eine Füte kaufen. in den E. Wenn die An gucken. Oh, seh die. Hehe. Hehehe. Oh. Was macht das? Oh ja. Hm. Oh. Ansonsten. So. 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 So da ist er. So. die ganze zeit rumkotten ja das unser tägliches leben die ganze zeit rumkotten ist wie ich auch noch ein bisschen runterladen ich bin ein zauberer ja hallo ich bin mieser zombie alle ballenball 555 20s balloonball genau gleich jetzt in englisch aber er kommt bei weihnacht weihnacht teil und komponik komponik oder ja ja geil und was verbrust dafür so was ich habe mal nicht wenig ne? Was, jede, also, jede 10 Sekunden? Okay. Kann man ein bisschen kombinieren, ne? So. So, was kommt denn? Ja, 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 ja mann ein gotthaufen so 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 das stimmt auch unteressen ja wo Gott wer wie er heißt ja wo Gott komm mit dem Die bis auf die Aufgett auf die Video, like it das Aufgett mhm 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 Allah, bullshit, cut me haha Allah, wie behindert Jens, du kannst, cut me so, ich sag jetzt einfach mal so, ich sag jetzt einfach mal so, ich sag jetzt einfach mal spontan, das war's jetzt mit dem Video ja, ich versuch mal täglich ein Video rauszuhauen also, ich versuche es ich kann es jetzt versprechen, ne also ja, ähm also ja, tschau ja, tschau ja, tschau